Was ist denn hier? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er ein gelber Lums. Und dann breche ich hier rein. Ist das hier der Weiterweg? Junge. Ups, das war der falsche Knopf. Alter, ich hab keine Ahnung. Ich glaub, fast das hier ist der Weiterweg. Goddammit, das ist so verwirrend für mich. Okay. Wisst ihr was? Es ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt Safe State hier 8. Und ich lade nochmal 9, um zu gucken, ob da wirklich ein weiter Weg ist. Ich meine nämlich mittlerweile, der ist hier nicht. Ich hab nämlich wirklich keine Lust, das alles 2-mal anzumachen. Warum sollte ich auch? Es ist ja unnötig. Ich höre hier nur ein Help, also nicht mehr. Ja, also von daher. Oh, der spalt gleich wieder, oder? So. Da kann man hier nicht alles beim ersten Fest sammeln. Das wüsste ich aber nicht mehr. Das habe ich auf jeden Fall jetzt auf. Was ist hier? Okay, das war dumm. Toll, ich bin hier gestorben. Komm weiter vorne raus. Na egal. Ah, da war ein Lichtfehler, das macht ja nichts. Ist noch ein Käfig. Oh, das geht ja weg. Oh, das geht ja weg. Das kann ich doch nicht wissen, dass es versinkt. Mensch. Okay, mittlerweile. Jetzt, man merkt, ich möchte einfach nicht nur gerade gucken. Und deswegen bin ich zu unvorsichtig. Sollte ich aufhören. So, hier rauf. Dann hier schnell vorbei. So. Hier bin jetzt schon zwei Käfige, die ich so nicht hatte. Nicht schielen. Dankeschön. Ist das noch was? Anscheinend nicht. Okay, der Sprung ist gemein. Sehe ich gerade. Wird geht denn das hier rein? Rüberspringen. Achso, das bewegt sich. Wollte gerade sagen, ja und jetzt. Okay. Das ist, der Level ist mega verwirrend. Deswegen habe ich es auch null in Erinnerung. Nein, ich höre noch ein Halb. Darum. Okay. Also Käfige habe ich jetzt hier schon drei Stücke in diesem Gebiet gefunden. Das ist ziemlich viel. Ich glaube, das muss ich euch nicht sagen. Alter. Spinne. Geh weg. Spinne doch. Sonst noch was? Ne. Ich glaube, das war eine gute Idee, nochmal reinzugehen. Weil das sieht mir nicht nach einem Weiterweg aus irgendwie, wenn hier drei Käfige sind. Küsch. Küsch, nicht Küsch. Hm, da bin ich hergekommen. Hier geht's weiter. Alter. Dieses Level. Achso. Verstehe. Hey. Das ist nicht nett. Hat mich doch gar nicht getroffen. Seien wir mal ehrlich, ne? Also es hat mich doch wirklich, eigentlich fast überhaupt nicht getroffen. Kann auch übertreiben. Hm. Wie lange ist der Part jetzt schon? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. So. So muss das funktionieren. So und nicht anders. Okay. Und hier rauf. Gut. Ist nichts weiter. Nehmen wir hier rein. Noch ein Käfig. Ich höre ihn doch. Ah, danke. Wo ist der denn? Achso, das ist ein Lichtfehler. Ah, hier. Und neue goldenen Fäuste. Das ist auch schön. Das Leben ist auch schön. Okay, und hier? Oh. Trifft ich schon. Yay. Jetzt sind da was. Oder war es wirklich nur ein Fail? Ne, es war kein Fail. Da geht es weiter. Was ist da, wo kein Gegner war? Meine Güte. Leute. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Das sind nur Leben vielleicht. Ja, nur Leben. Alles klar. Ja, dann. Hm. Was soll ich machen? Ab hier rein. Oh nein. Das gefällt mir gar nicht. Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern, dass es nie in diesem Level war. Ich bin richtig dunkel. Oh. Ah. Ich glaube, hier werde ich meine goldenen Fäuste verlieren. Auch wenn ich das hier gar nicht mehr kenne. Oh. Was hätte ich genau machen sollen? Könnt ihr mir das sagen? Ich weiß es nämlich nicht. Ah. Irgendwie so. Irgendwie so ist die Melodie jetzt. Moment. Wie soll das gehen? Ohne Beschleun... Ich versuche es jetzt mal ohne Beschleunigen. Wenn es mit Beschleunigen nicht geht, vielleicht ohne. Ich dachte nur, wenn man da irgendwo rüber wäre, sollte man beschleunigen. Das machte in meinem Kopf Sinn. Aber naja. Kann mich irren. So. Ja. Was genau soll ich da machen? Kann man hier ohne ihn lang? Einmal... Ja, dann kommt man nicht über die Labe hier. Ne? Ja, genau. Super. Das funktioniert auch nicht. Also wenn das zu lange hier wird, dann steige ich es einfach in zwei Parts. Ist auch egal. Also aber das Level ist wirklich... Aber es ist mega cool, das Level. Also da müsst ihr mit zustimmen. Das Level ist mit das beste Level im Spiel. Da soll ich einfach abspringen. Ich bin doof. Dann springe ich nicht einfach ab. Das versuche ich auch gleich mal, wenn ich da bin. Ob das überhaupt geht. Ne, es geht nicht. Aber man kann mit dem Ding springen. Ja, das muss man natürlich wissen. Scheiße. Daran springe ich... Dörp. Okay. So viel dazu. Jetzt weiß ich auch, wie das geht. Moment. Vielleicht kommt es hier. Und hüpf. Ja, so ist es natürlich kein Problem. Moment. War es jetzt hier ein Umweg, Abkürzung oder was war das? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt einen anderen Weg genommen? Ich bin überfordert. Alter, und das ist ein ganz schön enger Weg. Okay. Wir haben ja Zeit, ne? Also es ist ja nicht so, als wenn das hier irgendwie bald fertig sein müsste oder so. Ja, das war gut. Lalalala. Aber ich habe Spaß am Level. Von daher passt schon. Das war vielleicht keine gute Idee, da zu beschleunigen. Aber es hat funktioniert. Okay. So, jetzt hier. Hüpf. Ne, okay. Es ist ja einstmöglicher Weg. Und das Leben bleibt. Das ist nett. Das heißt, ich sterbe schon mal nicht. Das ist gut. Also, game over. So, und jetzt hier rüber. Äh. Ah. Was hätte ich jetzt da machen sollen? Ich bin doch einfach nur gesprungen. Okay, ich habe keine Ahnung. Dann versuche ich es gleich mal mit beschleunigen einfach und rüberlaufen. Bin ich wieder da in den Komma, heißt das natürlich. Weil mehr Möglichkeiten habe ich ja nicht möglich. Die dritte Möglichkeit wäre nichts zu tun, aber das glaube ich nicht. Und, hüpf. Und, hüpf. Ja. Jetzt die Stelle wieder, die ist fies. Okay. Dankeschön. Ach, das wird schon früher oder später, ne? Ist ja nicht so, als wenn, äh, irgendwas wollte ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was. Mitweida habe ich das Gefühl, geht es doch weiter. Aber es kann gar nicht sein. Das Gefühl hatte ich beim anderen auch. Irgendwann werde ich schon irgendwie zum Ziel kommen. Es passt schon. Irgendwann ist es nicht rüber auf. Wir wollen ja jetzt nicht hier so, ne? So. Okay, so sieht er nicht. Ich bin gesprungen, da bin ich gestorben. Also, das kann es nicht sein. Oder ich bin komisch, aber ich versuche es mal mit zu springen. Weil, wenn ich einfach nur gegen gehe, werde ich auch sterben. Das ist logisch. Ist klar wie close, Brühe. Ich bin gesprungen, ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich hart verarscht. Der Part ist bestimmt nicht schon lang genug für den Part. Aber, egal. Ich muss jetzt die ganze Zeit darüber nachdenken. Ist voll schrecklich bei mir. Tut. So, und hüpf. Immerhin, es ist ja wieder das Leben. Ist gut. Hüpf. Hoppili hopp hopp. Jetzt kommt der Scheiß. Äh. So. Dün dün. Dün dün. Es muss doch eigentlich so gehen. Oder bin ich zu früh gesprungen. Irgendwie so. Irgendwie so. Was muss es ja sein. Hüpf. Dün dün. Dün 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 dün. Oh, das kommt auch scheiße. Die Stelle kommt noch gar nicht. So. Ups. Ganz spät abspringen. Hüpf. Ah. Endlich. Wohl aber auch Zeit. Hier ist nichts weiter, ne? Ich... Ah, egal. Geh einfach durch. Das war... Da habe ich jetzt einfach irgendwann aufgehört mit zu kommentieren. Weil warum sollte ich noch kommentieren? Wo bin ich jetzt gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Okay. Interessant. Ah, ja, ja. Nicht runterfallen. Hier war noch kein Checkpoint, glaube ich. Wenn ich jetzt hier sterbe, wäre es sehr, 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 sehr. Ja, damit. Damit auch. Ach, jetzt bin ich hier oben. Das wäre wirklich nur einmal im Kreis. Das ist gut zu wissen. Alles klar. Das war ein ziemlich langer Umweg, aber hier waren ziemlich viele Dinge. Das ist interessant. Okay, ja, dann machen wir mal weiter, wa? Wie gesagt, ich werde das jetzt hier durchspielen und dann irgendwie schneiden. Das ist definitiv mehr als ein Part. Ich werde keinen Stundenpann hochladen, weil es guckt sich eh keine Sau an. Das ist klar wie Klosbrühe. Vielleicht wären es sogar drei Parts. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier schon dran sitze. Von daher. Ich hoffe, ich habe zumindest alles da drin gefunden, weil das wäre nochmal eine schöne Überraschung, wenn ich da drin jetzt irgendwo einen Loomus verpasst hätte. Hier bin ich auch letztes Mal direkt hochgegangen. Ich versuche jetzt mal hier hinten hinzugehen und gucke, ob da noch was ist. Ja, du bist mir mal egal da oben. Hä? Ja? Ja? Wisst ihr was? Oh Gott. Hier ist eine Sackgasse. Ist ja der Wahnsinn. Moment. Ach hier. Ja, das war die Stelle, ne? Wo ich letztes Mal war. Ne, ne. Ich hole jetzt erstmal den... Ich mache das jetzt, wie ich es eben gemacht habe. Ich hole jetzt erstmal von oben den Käfig. Bevor ich da reingehe. Dann gehe ich ja den Wegfeld wieder zurück. Nicht auf mich schießen, du Penner. Oh. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Ups. Haha. Und auf da. So. Das Leben ist gut. Das ist ein ganz schöner Arsch, weißt du das eigentlich? Geh mal weg. Du kannst doch gar nichts. Hier gucke ich mal an. Hier müsste ja nur der Käfig sein. Und dann gehe ich da unten hin, wo ich vorhin war. Und dann geht's da weiter. Lege ich diese Annahme richtig? Ich hoffe doch. Schon 7 von 8 Käfigen, ey. Aber nur 32 Lumpen, das ist nicht gut. Aber ein bisschen froh bin ich schon, dass ich bei den Käfigen richtig gut liege. Das ist schon ein gutes Zeichen, sagen wir es mal so. So komme ich da nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt einfach hier und da durch. Weil da geht's weiter. Jetzt kommt das Vieh wieder. Was ich jetzt vorher treffen muss, weil ich die Superdinger nicht habe. Soll ich kann es einfach so treffen. Irgendwie. Das ist schade. Okay. Okay, nochmal erwischt. Und tschüss. Yay! Was hat das eigentlich mit diesem Baum hier auf sich? Hat das noch irgendwas zu bedeuten? Dann kann ich da die Pflaumen vielleicht dranwerfen. Wo sind die hinten? Pflaume! Du Pflaume. Ah, da. Das ist ein roter Lumpus. Ich hoffe, das geht kein gelber Lumpus irgendwo. Entschuldigung. So gemein ist. Weil das wäre gar nicht mal so geil. Wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, dann wäre das gar nicht schön scheiße. Das geht schneller. Jetzt habe ich die Pflaume wieder auf und mache so. Gucke ich mich noch einmal um, ob ich hier irgendwo was sehe. Wenn nicht. Moment, da. Hoffe ich einfach, dass hier nichts weiter ist und gehe weiter. Weil wenn hier doch was war, dann habe ich halt Pech gehabt. Was soll ich tun? Ich kann ja nicht alles finden. Ja, eigentlich schon. Sollte ich zumindest versuchen, aber... Hör ich hier gerade einen Käfig? Ne, das ist irgendein Gezwischer. Okay. Den Lumpus will ich aber auf jeden Fall noch mitnehmen. Meiner, 33. Das bricht gleich wieder ein. Kann man da irgendwie dahinter? Äh, nein, keine Chance. Okay.